Hallo und herzlich willkommen zurück bei Sammlerwelten. Ja, ich hatte am Montag glaube ich schon mal Dragons geöffnet, hier diese Sammelkartenbooster und ich habe jetzt einfach mal mit den Kommentaren durchgelesen, die waren positiv, also ihr wolltet mehr davon sehen, stand da so oft drinne, da dachte ich mir, 5 Booster schaden nicht. Meine Güte, das ist ja falsch rum hier. 5 Booster schaden nicht und was da drin ist, das gucken wir uns einmal an, 240 Karten, nein, 210 Karten, Rookie Dragons, Skilled Dragons, Rookie Buddies, Skilled Buddies, also ziemlich viele Sachen gibt es hier und Special Metallkarten gibt es hier irgendwie noch. Wie sind denn diese Metallkarten? Sind das echt wirklich Karten aus Metall? Also kann man die hier so fühlen oder sind das einfach diese mit so einem Metallrahmen irgendwie? Weil ich glaube ich hatte letztens, also am Montag, als ich einen Booster geöffnet habe, eine Karte mit so einem Metallrahmen oder so. Sturmpfeil und Astrid. Oh, die Karte hier, da sieht man meine Kamera. Aber nicht mich. Irgendwer hat immer geschrieben, dass man mich sehen würde. Die Karte fühlt sich echt gut an, das ist so riffelig. Siegestag. Oh, das ist jetzt so eine, was ist das für eine Karte? Was ist das für ein, was ist das für ein Teil? Okay, was, wartet. Eine Stand-Up-Karte. Es gibt insgesamt nur 10 Karten davon und ich habe die eine. Ziemlich cool. Und Astrid nochmal hier und Raffnuss und Taffnuss. Es gibt nur 10 Stand-Up-Karten. Es gibt auch noch Wild-Karten und sowas. Die habe ich allerdings noch nicht. Ach, komm. Öffne dich. Ja. Großer, überwilderer 1. Okay. Gibt es auch einen zweiten? Hm. Keine Ahnung. Auch schon wieder so eine Karte hier, die fühlt sich so richtig gut an. Der Verteidiger heißt sie. Noch so eine Karte. Holzklau. Was habe ich denn hier in diesem Booster? Ey, so viele Karten. Flüsternder Tod. Mal gucken. Drei Booster haben wir noch und wir haben schon eigentlich die coolsten Karten irgendwie gezogen. Solche Riffliegen-Karten, Stand-Up-Karten. Also ich meine, was es nicht alles gibt, ja? Ohne Zahn, Raffnuss und Taffnuss. Schon wieder hier so eine Karte. Fleischklops und Fischbein. Schädelbrecher und Tau drauf. Stand-Up-Karte, Fleischklops und Fischbein. Habe ich die nicht schon? Ne, ich habe ohne Zahn und Astrid. Meine Güte, es gibt... Ich öffne die jetzt einfach hier nochmal super schnell. Das Video soll ja auch nicht zu lang werden für euch. Wolkenspringer, wieder so eine coole Karte. Hau drauf. Gewaltige Gletscher. Drachenstall, Fischbein. Hau drauf. Was es hier nicht alles gibt. Ich habe den Film nicht gesehen. Soll ich den Film nochmal angucken? Ich meine, schreibt es mir in die Kommentare. Das würde mich ja freuen, wenn ihr mir sagt, ob der gut ist. Sturmfall Astrid. So eine komische Karte. Grenzlos. Vertrauen und Verständnis. Rotzbacke und Tornado. Ich muss ja den echten Katz so... Hört man das? Warte. Hört man das? Vielleicht ein bisschen leise hört man das wahrscheinlich. Also es hört sich schon... Hier normale Karten hören sich irgendwie gar nicht an und hier so ein raues... Naja, Higgs und irgendwas... Wie viele Karten gibt es? 180? 110 Karten waren das. 110 Karten, genau. Mal gucken, wie viele ich davon jetzt habe. Also 5 Booster sind ja schon mal irgendwie 60 Karten oder so. Also ich habe das Gefühl, ich habe schon einige.